mit ramazamba durch die gemalt hallo und herzlich willkommen ich bin's wieder euer tom thomson hier bei let's play today wir spielen die nächste folge life is strange wir wollen das ja jetzt langsam mal zum ende bringen und deswegen habe ich gesagt wir machen jetzt erst mal life is strange zu ende wir sind ja schon in episode 4 ich glaube es neigt sich langsam den ende und dann kommen wir auch in die letzte staffel auf die ich sehr gespannt bin und wir machen da weiter wo wir aufgehört haben im schwimmbad und suchen nach nathen heißt ja genau nathen und mal sehen da geht es mittlerweile schon richtig zur sache hier schauen wir mal wie es weitergeht da haben wir die zwei munde noch mal gesehen was auch leicht komisch ist stop stomping around chloe right just get ready to use your rewind fast if nathan tries to jump us okay hier ist keiner so wo ist der penner standen die blumen beim letzten mal schon ja das erinnert mich gerade an die szene wo sie eingeklemmt war in der schiene das war auch sehr krass max please hurry oh god max look she's still there don't look chloe fuck ich gar nicht zurückspulen alter shit was geht denn jetzt ab ich kann nichts machen ich kann nicht zurückspulen ernsthaft alter fuck ich krieg grad übelste gänsehaut das war ey was was geht denn hier ab das war der scheiß lehrer lehrer und ja ich hab alter ich hab grad übelste gänsehaut war ja hätte ich das gewusst leute dass das natürlich jetzt schon das ende war hätte ich beim letzten mal weiter gespielt alter ich hab übelste gänsehaut grad das war der lehrer fuck alter was geht denn so ok leute ähm ja guck mal lesen zusammengeschlagen lassen du hast wollen ok 55 prozent haben warren davon abgehalten warum auch immer keine ahnung ok victoria nahm deine warnung ernst also viele haben es auch geschafft niemand wurde verletzt ok ok ist auch interessant ok ähm wir machen weiter boah alter das ist ja krass darauf komme ich grad irgendwie gar nicht klar damit habe ich nicht gerechnet absolut nicht dass der ausgerechnet er mit drin steckt und die haben vor allen dingen der chloe einen kopfschuss gegeben die ist ich weiß nicht ob die jetzt tot ist sogar die build das mit die f hat hat war solche die wenn da Heißt das vielleicht sogar, dass der Nathan gar nichts mit dem Tod von ihr zu tun hat, sondern dass der Lehrer den Tod verursacht hat und der Nathan halt bloß ein Psycho ist, der in der Situation die gewisse Rolle gespielt hat oder was auch immer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die ersten 6 Minuten jetzt gerade extrem krass. Oh, look, the Wonder Twins. What are you doing in my dorm? You are so fucking dead! Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. What are you doing here, Max? Victoria has to be next. What a lame gimmick. Rachel, why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Rachel, why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I know you're close to Nathan, but your life is in serious danger. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Oh, God, Max, look. She's still there. Oh, no. Chloe. How? What the fuck? Alter, die Szene ist so heftig. Und dieser Wichser, alter, dieser kleine, verfickte Huren und so. Dieser Huren und so. Boah. Ey, damit habe ich nicht gerechnet. Das hat mich jetzt ein bisschen überrumpelt, die Szene. Das war jetzt ein bisschen krass. Mal ohne Scheiß. Was geht denn, alter? Dieses Spiel, das ist echt heftig. Ich kann nichts machen. Alter Schwede, ey. Ey, die, die, ist, ist die jetzt tot, alter? Das wäre jetzt ja übelst mies. Können wir die noch retten, ist jetzt die Frage. Also, ich gehe stark davon aus, dass sie jetzt tot ist, weil wir konnten ja in dem Moment nicht zurückspulen. Die andere Frage ist, können wir sie retten durch ein anderes Foto? Können wir die Zeit komplett verändern, dass sie vielleicht noch am Leben ist? Und, ähm, sozusagen, sie sitzt zwar im Rollstuhl, aber ist dennoch nicht tot. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ich habe keine Ahnung. Das ist der Keller. Ja. Das ist der Keller, den wir untersucht haben. Polarisiert. Episode 5. Fuck, ey. Dieser Typ, dieser scheiß Asi-Lehrer, alter. Ey, der war so nett. Die ganze Zeit über. Ich habe damit nicht gerechnet, Mann. Dieser scheiß Assi, alter. Mal ohne Scheiß. Was hat denn der damit zu tun? Oh, ich kann. Wird sie wach? Sie wird wach. Chloe? Was? Wo? Der dunklen Raum. Okay, wir müssen wahrscheinlich. Ich bewege mich gerade. Können wir hier irgendwie raus? Für mich? Ja, ruf doch nicht, alter. Wenn die in der Nähe sind. Da komme ich nicht raus, glaube ich. Oder? Nein, nicht rufen. Nicht rufen. Komm, wir müssen hier irgendwie raus. Ja. Jawoll. Seht die Füße los. Okay, da sind wir auf dem Bild. Komm, ey, da muss doch irgendwas drauf sein, was wir jetzt nutzen können, oder nicht? Wir müssen doch jetzt irgendwie rauskommen. Ich versuchte, ich würde nie wieder zurück in Zeit gehen, wie das wieder. Aber das ist der einzige Weg. Ah, okay, ja. Komm. Oh, Max. Ja, genau, das meine ich mit dem Foto. Alter, so ein Psycho, so ein Wichser, ne? Alter. Du Wichser, Alter. Dich mach ich fertig. Ich hoff's. Max, du hast meinen Schuss verbrannt. Aber bitte, keine Angst. Wir haben alle Zeit in der Welt. Für jetzt. Ich wusste, du warst speziell, die zweite, als ich dein erstes Selfie sah. Okay, macht er da Fotos mit einer Videokamera? Aber ich liebe die Purity of your own image. Nicht wie Rachel, die immer in die falschen Pläne schaust. Puh, Rachel. Warte. Lass mich das mal versuchen. Alter, was ist das für ein kranker Wichser, Mann? Oh, okay. Oh, much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this set-up, he tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. Aber er hat einen Augenblick für Schäden, und einen Augenblick für viel mehr. Wie seine Elite-Familie wird herausfinden, along mit Arcadia Bay. Nice. Oh, gut. Oh, diese Augen. Es ist einfach zu schlecht, dass du so... Verdammt, Nose-Lax! Aber dieses Raum ist unter 24-7-Demain, so all I had to do was text you from Nathan's phone, and you fell right into my hands. You really should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe. Chloe, right. Yeah, I'm sorry that I killed... that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised. Or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Max, please do not move so much. I need you posed and framed. My way. Maybe a new dose will calm you down. Oh, no. 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 That's the guy. He was really everything. He had Nathan just taken the back of his shoes. No. 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 Du könntest sehen, dass alles kommt. Verdammt, du bist ein Kampf. Ich habe meine Augen auf dich. Und ich habe gesehen, dass du mehr... ...feierlöser diese Woche, als vielleicht deine ganze Leben. Erinnerst du meine Nummer-one-Ruhe. Always take the shot. Oh, Jesus. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Das ist so krass. Ohne Scheiß, das ist wirklich krank. Das ist echt... Ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke. Wir haben die ganze Zeit diesen Nathan... Okay, er ist ein Wichser. Er wollte die Chloe am Anfang erschießen. Aber diese ganzen Gegebenheiten, die sich so ergeben haben durch ihn, weil er halt wirklich ein geprägtes Kind ist, sag ich mal... ...hat dieser scheiß Lehrer ausgenutzt. Das ist übelst krass. Alter, ich weiß nicht. Ich bekomme ein paar spectaculärer Bilder hier, Max. Ja, Viktoria würde es töten, wenn du in deinem Ort bist. Aber sie nicht versteht unsere... ...konexion. Du bist der Winner, Max. Ich wähle dich. Dein Porträt. Fuck dich! Du hast zu viel versucht. Ich weiß, dass du Angst hast. Ich weiß, dass du Angst hast. Ich weiß, dass du Angst hast. 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 Ich weiß, dass du Angst hast. Bist du Angst hast. Und das ist deine letzte Session. Au contraire, Max. Ich bin so sane, dass niemand weiß, was mit dir passiert ist. Und nicht mich auf deine Late-Partner starten. Ich hatte genug von diesen Faux-Punk-Sluts in meinen Seattle-Daisen-Seattle-Daisen. Du hast Chloe gebetet. Du hast meine Lieblings-Klöe gebetet. Sie hatte eine Leutung. Das war klar, dass es selbst-Defense ist. Aber das ist was passiert, wenn du mit Räumen spielst. Oder versuchen, mit mir zu schrauben. Es ist besser, wenn sie nicht wissen. Wie pure, sweet Kate. Artists nicht die Teenagern zur Suizidung für eine blöde, Mews. Du hast Nathan trainiert, um zu schrauben Kate. Um zu schrauben sie. Das ist deshalb, dass sie tot. Das macht mich schrecklich, Max. Ich will, Herr Herr. Kate hatte so stark spirit. Es war sehr... ...satisfierend, um es zu schrauben. Du wirst nicht weggehen. Ich will, dass du das wissen. Ich weiß nicht, dass du schon gemacht hast, dass du ein Argument gegen Nathan und der Principal gemacht hast hast. Vielen Dank für ihn für mich. Ich weiß, dass die Prescotts einen großen Scandal haben, wenn die Stadt herausfinden, was ihre Elite-Son ist für Arbeit gemacht hat. Du benutzt, Nathan. Ich mag das Wort manipuliert. Wie mit einem Bild. Nathan war leicht, um sich zu drehen. Ich wurde eine Art von Vater für Nathan. Es passiert oft in die Schüler-Leute-Leute-Leute. Es war ein bisschen... ...touchend für ein paar Zeit. Du sagst ihm alles über deine Plans an Blackwell? Keine dummer, Max. Ich sagte ihm, was er brauchte zu hören. In return, ich hatte die Prescotts fortune. Wer glaubt ihr, für diese gläuige, dunkle Raum und Equipment? Wie kann ich denn diese neue Drugs für meine Subjekte bekommen? Rachel Amber was your victim, nicht your subject. Oh. Rachel Amber. Hm. Das ist die reale Tragedie. Nathan dachte, dass er ein Artist wie ich sein könnte. Insofern, der dummarsch gab sie eine Überdose. Was ist das für's? Was ist das für's? Das war nicht cool. Das war nicht cool. Das war nicht cool. Ich kann sehen, warum deine Instant-Kamera so ausreichend ist. Du brauchst keinen Computer, um deine Arbeit auszuprobieren. Okay. Lasst uns hier jetzt irgendwas machen. Komm, beweg dich. Okay, ich kann zurückspulen. Oh. Oh. Wait. Please. Mister Jefferson. Max. Ja. Okay. 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 Ich soll nicht was anderes fragen. Ja komm. Mach mal schneller jetzt. Blah, blah, blah. Ja. 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 Ich werde dann ab hier jetzt mal beenden. Ich muss das Ganze erst mal sacken lassen, mir das nochmal anschauen, weil das war einfach nur echt viel zu krass. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und schauen mal, was dann passiert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.